was auch immer das ist die map wollte da ganz da geht das will ich auch nicht habe ich jetzt auch mal drauf geschossen das seine tödlich würde ich drauf ja die sich gehört nicht runterfallen das weiß ich es mal nicht tun ist eine schlechte idee das das habe ich letztes mal auch gemacht irgendwie hat immer wenn du kuscheln willst das ist verdächtig die lacht auch so komisch ich war du irgendwas ist da oben gerade verreckt hat er gerade auch gesagt bitte nicht los die beiden getötet curry frank vanessa frank ich hatte so ein schlechtes gewissen jetzt aber du hast dich auch so schön in die position dass es keiner gesehen hat ich hatte über der bummerang noch da liegt weil er den aber wenn er getroffen hat ist er ja weg ja du warst halt da so alleine und hat eine gute position ja so beginnt jeder vergewaltiger story ich weiß doch komm her ich mag dich wenn du mich tötest ist das noch mal so lieber ich als wird anders als erstes ich habe vergessen dass ich noch einmal schießen kann ich will ihnen zeigen dass ich kann ich will ein traiter den weiße lauf freundschaftlich auf ihm zu schmeißen meine waffe weg und er knappe mehr ab ich habe doch nicht gedacht dass er jetzt auf so großer freier fläche mir sofort eine kugel in kopf ja ich habe leider auch noch nichts gekauft gehabt ja das heißt doch nicht dass ich traiter bin doch heißt es nein ein traiter wenn du jemand von meinen augen umbringst also wenn ich dich umbringe bin ich kein traiter dann krieg ich ja niemanden von den augen um es ist auch ein traiter also scheiß chancen ja sieht schlecht aus für dich weiter ich würde es ich würde sogar glauben er schießt auf mich ist euer kam 4 4 6 ja aber von wo dann ist es frank nicht ich habe ein sniper als die peter zumindest batty wartet der frank ich dachte er wäre es weil er jetzt auch so komisch geguckt hat und aus der richtung geschossen wurde ich werde geschossen okay wir dann schießen wir alle auf dich kein ding nein weil das er guckte auch genau aus der ecke wo geschossen wurde vanessa sie ist so frank übernimmt deine art ziehst du gerade auf mich ja ich wollte gucken wer du bist ja dann frank ist ehrlich gesagt vanessa du bist so abgebrüht bist so böse bringt mich dazu den namen sind in den arsch zu schießen das ist soll das meine schuld sein kann und ich dafür wenn du der verdammte trader ich bin der verdammte trader du hast vorher schon auf ihn geschossen und ich habe ihn geschossen weil ich dachte weil die schüsse da rauskamen der verfahren vertraut ist verloren glaubt das war vanessa ich bin der verdammte trader Ich komme hier nicht weg, ohne zu sterben, oder? Lebt denn eigentlich schon das noch Zepid? Nein, Zepid wurde ja von Frank getötet. Du dürftest das auch sehen, wenn du Tab drückst. Nur die Enos sehen das nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Frank. Wer es darauf gewartet hat. Ich wollte es nicht. Die Schüsse kamen von da unten. Ja, die kamen von unten, aber nicht von da, wo ich herkomme. Das hat man nicht gesehen. Du hast dich da hingehaut, hast in unsere Richtung noch geguckt und ich habe gedacht, du peilst gerade an. Das ist eine schlechte Runde für mich und dann kommt natürlich wieder so ein Curry, ist ja klar. Curry ist brandgefährlich, wenn es um sowas geht. Vor allem der Schusswinkel, da wo Vanessa jetzt liegt, von da unten aus hat sie geschossen. Man sieht richtig hier oben die eine Schüsse und das Blut von der noch an der Decke. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, du kamst da um die Ecke, hast gezielt und habe gedacht, du würdest jetzt auf uns schießen. Ich habe gesucht, von woher die Schüsse kamen. Dann sag das so. Obwohl, das wird der Traitor nie zugeben. Ich habe gesagt, ich wurde angeschossen. Ja. Ach, hier kann man gar nicht runter. Dampf wie eine Feder. Tut mir ja so leid. Sieh es los, Hippi. Du wurdest nicht von mir getötet. Ja, das stimmt. Ich wurde von Frank getötet. Aber dafür halt wieder als erstes. Es tut mir doch leid. Ich bin Frank gleich mir die Schuld. Vanessa, du bist so abgebrüht. Ja, weil ich mit Curry war. Curry hat nicht geschossen. Ich habe Curry gesehen, als geschossen wurde. Ja, und Curry hat mich gesehen, als er noch geschossen hat. Ja, aber ich habe deinen Namen nicht gesehen, wo ich geschossen habe. Ich habe nur jemanden gesehen, boomtot. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt Innocent Win, aber war nicht. Und ab dem Moment war klar, da war tausendprozentig, es ist Vanessa. Mal, wie oft haben wir schon die Schuhe abgezogen, ne? Ja. Ja. Vielen Dank. Ich will auf einmal hier. Hi. Sorry. Riesenarschloch. Alter, der ist so abgebrüht, steht vor mir. Ich sehe ihn noch. Bob, gesilenced. Bei mir genau dasselbe. Jetzt hat Curry mich aber wenigstens mal von vorne gekillt und nicht von hinten, wie immer. Wie geht's Leiche? Also, ich gehe das nächste Mal nicht mehr raus oder stehe mich ganz nach oben, ey. Ich werde hier immer gesnipert. Ich auch. Weitere Mal. Ne, erste Mal in der Runde. Wer hätte denn da jetzt eigentlich eine Mech? Wenn ich da aufkam. Mich. Ich wollte ihn an so einem Mech, Alter. Dafür alleine müsste ich dich schon töten. Ich wollte den Ungefallen tun. Ja. Indem du mich an... Boah. Boah. Da fällt dir nichts zu rein. Indem ich dich an den Mech getackert habe. Ja. Okay, Inno. Inno. Frank läuft da wieder hoch. Soll ich dir wieder ein Handy geben beim Hochlaufen? Ich werde mich jetzt verstecken. Ich habe keinen Bock mehr drauf, ey. Das ist kein Ding. Der Traitor findet dich mit dem Radar ganz einfach. Ich weiß immer noch nicht, was du mit Radar meinst. Geh weg. Das Ding, was ich mir jede Runde gekauft habe, wodurch ich euch so schnell finde. Okay, ihr würdet mich schon eher trauen. Bleiben wir hier in der Ecke. Hier kann uns nichts passieren. Und zu zweit ist es stärker. Curry? Ja, ich lebe. Ich lebe. Seppit? Ja. Vanessa? Sie war doch gerade noch hinter mir. Ja. Ich habe auch den Schuss gehört, wie du sie erledigt hast und wie sie umgefallen ist. Wieso ich? 100 pro warst du das dann? Nein. Sie hat mit dir geredet. Ihr wart zusammen. Jetzt rate dreimal, wer der Traitor ist. Ja, wir waren zusammen. Und dann bin ich weggelaufen. Und ja. Mhm. Und dann hast du sofort angefangen zu fragen. Mhm. Also ich glaube, dir eher nicht als... Mhm. Ich kenne mich auf dem Map gar nicht aus. Ja, tot durch Shotgun. Das war ganz klassisch. Achtung! Alles klar, ich war das gar nicht. Alter, aber ich habe keine Shotgun, darauf lasse ich mich nicht ein. Was war das denn jetzt, bitteschön? Das Combo. Okay. Hab ich mich jetzt erschrocken? Okay. Oh mein Gott, hier gibt es ja keine guten Waffen auf der Map. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Outsch. Outsch. Wie hältst du denn aus? Du hast jetzt schon drei Schüsse abbekommen. Ja, wie viel jetzt? Du hast das auch schon drei Schüsse abgekriegt. Ja, aber vorher mit so einem dummen SMG oder was es da war. Hey, Frankyboy. aus endlich gefunden wir bleiben zusammen zu zweit sind schneller sie spricht gerade aus vertraut dem arschloch dass wir wirklich teamwork betreiben jeder kannst du darfst noch nicht was sie muss glauben nein der schießt nein ja sowieso das sowieso die leuten glauben stehen bleiben warum was fast mir gehört ja vergiss es wohl nichts damit eine eigene weg muss nur warten dass ich weiter bin kann ich mir meine eigene holen und folgt mich verfolgt mich ja doch aber auf dieser map ja schießt du jetzt hast du das jetzt erst bemerkt wer von euch und wer von den beiden ist jetzt tot ist jetzt eine tot von dem was besser ich lebe noch kuri du siehst kuri sieht mich auch ja 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 ich sehe auch nicht geschossen hast mich zuerst angeschlossen also halt schaden gekriegt nein hat sie nicht die seltsie ich habe schon 16 50 ich habe mich angeschossen dass ich das aber auf den kopf schießen also sagt nicht nur durch da sind ihre links drin ja ich weiß was warum ich da weg wollte lebst du noch ja kann ich sehen gerade curry ja bei der runter geflogen ist ja ich bin nur ein bisschen besoffen gesprungen grün habe ich schon mal verloren man ist man ist so jemand hört ich nicht immer oh die sonne blendet voll wenn ich meine das ehrlich die sonne hier im spiel blendet voll wenn du da reinguckst das was was können es warum steht es immer hinter mir weil da vorne frank ist wo tschüss tschüss was machst du da sagen wir wahrscheinlich ja was probieren wo man es probiert ja eigentlich kommt nicht zu nah oder schieße kommt nicht zu nah oder ich habe keine waffe in der hand siehst du eine waffe siehst du eine waffe nein du bist so schlecht bestückt ich wollte wissen ob ich eine waffe sehe nein warum schießt du auf mich weil vanessa hier tot liegt scheiße das könnte ein grund sein ja alter wenn vanessa irgendwo tot liegt könnte das im kurs sein auch sein verfickten kopf angesiedelt ich bin ganz witzig 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 ich bin ganz witzig